Wir feiern 10 Jahre Pöld TV und hier kommt Ihr Jubiläumsangebot des Tages. 10 Jahre Pöld TV, wir feiern mit Ihnen mit einem Jubiläumsangebot des Tages. Jeden Tag dieses Jahr werden wir ein Angebot für Sie rausgesucht haben, zum absoluten Hammerpreis von unserem tollen, tollen Sortiment. Heute geht es in die Küche, Ralf. Ja, und die Nachfrage ist schon riesengroß und ich würde ja nicht mal in der Küche bleiben. Es geht einfach überall dort hin, wo man Heißgetränke tränkt. Das hier ist, auch wenn es nicht so aussieht, ein elektrisches Gerät, ein Wasserkocher. Und wenn Sie jetzt mal so Ihren Wasserkocher anschauen, den Sie einen haben, der ist wahrscheinlich aus blauem Plastik und den versteckt man, wenn Gäste kommen. Diesen Wasserkocher werden Sie präsentieren, weil Sie sehen hier, das ist aus Vollkeramik die Kanne. Ein Liter Fassungsvermögen, wunderbar mit diesen floralen Mustern, die wieder absolut im Trend sind. Und jetzt können Sie mit Ihrem Wasserkocher auch gerne mal das heiße Wasser servieren. Und ich glaube, da wird keiner komisch schauen, oh, was hast du für einen hässlichen Wasserkocher. Nein, ganz im Gegenteil, da wird man bewundert. Und hier sehen Sie, das ist praktisch die Elektrik, das wird eingesteckt und dann ist es ganz egal, wie Sie es drauf machen, weil hier haben wir so eine Induktionsspannung hier eingeschaltet und natürlich automatische Abschaltung, wenn das Wasser kocht. Aber der ist einfach wunderschön. Und jetzt ist es ja so, und Sie werden das auch wissen, was früher modern war, wird plötzlich wieder retro genannt und topmodern. Und das war gerade diese floralen Muster, du wirst dich erinnern, unsere Großmütter hatten die überall. Aber was ich wichtig finde, wie die jungen Leute dazu stehen, Diana, wie gefällt dir dieses Blumenmuster? Ich bin begeistert, ehrlich zu sein, ich habe noch nie so schönen Wasserkocher gesehen. Für mich, das ist einfach für besondere Tage, ja, dass nicht jeden Tag musst du das von diesem Wasserkocher trinken. Und ich finde das auch ein super schönes Geschenk, oder? Zum Beispiel für meine Mama oder für meine Schwester, das ist echt schön. Es ist einfach diese Nostalgie, die Sie sich nach Hause holen, aber jetzt in modernem Gewand. Und wir müssen natürlich auch über den Preis sprechen. Denken Sie dran, das ist unser Jubiläumsangebot des Tages. Das heißt, dieses Angebot, was wir Ihnen heute machen, für 29,99 Euro gilt nur heute. Ab morgen gilt wieder der reguläre Perl.de-Preis, den wir uns jetzt einfach mal gemeinsam anschauen. Ja, der reguläre Preis liegt hier bei 43,99 Euro, das heißt, wir haben 14 Euro nochmal runtergenommen für Sie heute im Jubiläumsangebot. Das Jubiläumsangebot ist was ganz Besonderes, da lohnt es sich wirklich zuzuschlagen, weil jedes Mal, wenn wir diese Jubiläumsangebote haben, nehmen wir ganz, ganz viel runter vom Preis für Sie. Das ist unser Weg, Ihnen Danke zu sagen für 10 Jahre Perl.tv. Ich finde die auch sehr, sehr hübsch gelungen. Die ist aus Keramik, das ist also kein Plastik. Die können Sie mal auf den Tisch mitstellen, wie du gesagt hast. Sieht schick aus und passt wirklich zu jedem Service auch zu mir. Also das brauchst du wirklich nicht verstecken wie herkömmliche, hässliche Wasserkocher. Der ist wunderschön. Und Diana, ich weiß, du trinkst gerne Tee. Was hast du neulich für einen Tee ausprobiert? Sand, Dorn? Sand, Dorn, ja. Ich konnte das gar nicht. Ingwer, Zitrone oder Orangen, das schmeckt so gut. Und ich kann auch mit diesem Wasserkocher das kochen. Und das ist sehr, sehr wichtig, das kann einfach auf dem Tisch stehen. Ja, normalerweise Wasserkocher steht irgendwo in der Küche und du musst immer gehen, weil normalerweise Wasserkocher sieht nicht so gut aus. Aber mit diesem, das ist wie ein Deko, ja, auf dem Tisch. Super. Und das noch zu diesem Wahnsinnspreis. Nochmal, 29,99 Euro ist unser Angebot des Tages, gilt nur heute. Die Nachfrage ist schon riesengroß, weil das dürfte, das behaupte ich jetzt einfach mal, auch der schönste Wasserkocher sein, den Sie jemals gesehen haben. Übrigens, kurz noch erwähnt, die unverbindliche Preisempfehlung liegt hier bei knapp 60 Euro. Da sparen Sie also jetzt gerade mal, wenn Sie clever sind, die Hälfte. Also ran ans Telefon. Ja, ran ans Telefon. Der Preis gilt nur heute hier für 29,99 Euro. Die Bestellnummer ist die NC 2339569. Wenn Sie Teeliebhaber sind oder überhaupt heißes Wasser am Tisch brauchen, gibt es keine schönere und elegantere Möglichkeit, das zu präsentieren. Mit unserem Keramik-Wasserkocher habe ich auch noch nie gesehen. Ich finde den wirklich plumpen. Der ist richtig, richtig, richtig schick. Können Sie bei sich auch haben. In wenigen Tagen ist er bei Ihnen, wenn Sie jetzt bestellen. Aber schnell müssen Sie sein. Der Preis gilt nicht lange. Viel Spaß damit. Ciao.